Bis zur Konfektionsgröße 48,50. So, diese Hose haben Sie heute schon gekauft bei der Nicole. Und ich will natürlich den Preis von der Nicole toppen. Sie knopft. Es trägt nichts auf, einfach nur super bequem. Also in der Hose kann ich alles machen. Ich kann der Hose in die Hocke gehen. Aha, Kameramänner gehen mit. So, schauen Sie sich das mal auf, nur zur Vorwarnung. Ich wollte nur zeigen, dass Sie in der Hose wirklich alles machen können. Super Stretch, super bequem. Die ersten vier sind raus. Genau das richtige Outfit. Wohlfühlhose, Wohlfühlpullover und trotzdem voll im Trend. Jetzt dabei sein. 30 gleich verkauft von der Hose. Über 30 bereits verkauft. Ah, et voilà. Bitteschön. Oh, oh, oh. Ich sage in der Regie, du haust mich gleich. So, Sie nehmen bitte meinen Pullover mit. Ich weiß, dass die volle Konzentration ist, wo der Katrin liegt. Das ist auch vollkommen klar. Aber bitte kaufen Sie jetzt letzten 17 von meinem Pullover. So, letzten 12. Oh, 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 ho, 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 ho. Welche Größen habe ich denn? Sie haben eine richtig schöne, breite Träger, sodass Sie auch ein richtig tolles Dekolleté. Das Tolle ist, das Bäuchlein wird weggaschiert. Sie bekommen eine richtig schöne Silhouette. Also, wenn man dann hier so, bium, 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 so die Röllchen hat, ja, und man wird dann umarmt, dann denkt man sich immer, hoffentlich hat er das Röllchen gerade nicht gespürt. Und hiermit können Sie das Röllchen, können alles drüber ziehen, ohne dass es rausblitzt. Es macht eine tolle Büste, ja, es macht einen tollen Busen, wirklich, es formt und schäft. Es macht das Bäuchlein schlank und rank. Die Taille wird geformt. Jetzt sind 85. 20 Euro für einen Doppelpack. Schwarz-Weiß. Ist das richtig? Doppelpack. So, jetzt muss ich mal, so, kommen Sie, kommen Sie jetzt bitte rein. Schauen Sie mal, das ist das, was Sie bekommen. Damenformen, Stützzonenformen, ich sage jetzt mal, Ihr bester Freund, oder beste Freundin. So, 100 bereits verkauft. Kommen Sie rein, nehmen Sie es mit 01377 170 123, die Rufnummer. Sie bekommen zwei zum Preis von 20 Euro. Das sind 10 Euro pro Hemdchen. Die Slips, die gibt es vielleicht direkt hinterher. Und es gibt nichts Wichtigeres als perfekt sitzende Slips. Denn wenn der Slip nicht passt, wissen Sie, das ist echt 30. Gleich 19 Euro. Die letzten 33. Uiuiuiui, ich höre gerade, es sind mehr Leitungen belegt, als wir Stückzahl noch da haben. Also von daher bitte Vollgas. 35 zu 26 und weiß. Ja, Sie bekommen jetzt die Höschen. Zu dem Preis, wo wir gerade aufgehört haben. Klimper, klimper. Eiskalt. Das machen wir jetzt. Eiskalt ziehen wir das jetzt durch. Eiskalt ziehen wir das jetzt durch. So. 199 Mal. Die Höschen packen von Ihnen zu 70 Prozent unsere Zuschauer mehrfach ein. Das weiß ich. Das ist einfach so. Doppelpack, schwarz-weiß, 19 Euro. Ebenfalls die gleichen Konfektionsgrößen, 40 bis 54. Übrigens, das Höschen, das geht bis über den Bauchnabel. Sie sehen, das ist perfekt kaschiert. Es geht hier richtig schön in die Taille, in die Hüfte. Der komplette Bauch wird wegkaschiert. Das ist wirklich Ihr Wohlfühl-Slip. Im Doppelpack für 19 Euro. 70 Prozent nehmen erfahrungsgemäß die Höschen immer mehrfach mit. Ja, letztes. Achtung, die Leitungen füllen sich. Die letzten 150, 46 bereits verkauft. Ja, komm. Pack alles drauf, was geht, liebe Leni. Lenilein. So, sehr schön. Wunderbar, 236 Pakete. So macht das Spaß. So, letzten 226. 19 Euro. 19 Euro für die, für zwei Slips, die Formeln. Ja, wenn Sie das letzte Mal eine Hose angezogen haben und Sie dann auf dem Sofa lagen, a la so, oh, ich kriege den Reißverschluss nicht mehr hoch. Vielleicht hilft diese Hose. Könnte ich mir vorstellen. Ja, konnte ich mir vorstellen, dass diese Hose den Bauch einfach mal wegkommt. kaschiert. Die letzten 180, 19 Euro. 130 verkauft für 19 Euro. Doppelpack, schwarz-weiß. Alle Größen noch da, 40 bis 54. Alle können jetzt dabei sein. Ein kleiner Tipp. Nehmen Sie es bitte zweifach, dreifach mit. So, 3, 2, 1 und bitte, es läuft. Unsere Schlankmach-Hose in Zweierpack für 19 Euro. Ja, wir haben jetzt hier an die 300 Hosen insgesamt ins Rennen geschickt. Und ich weiß, dass diese Auktion gleich vorbei ist. So wie gesagt, 19 Euro ein Traumpreis ist. Ja, vor allem, wenn ich überlege, dass die Hose richtig schön hoch geht. Über den Bauchnabel. Das heißt, es wird alles richtig schön weggepackt. Letzten 125, 19 Euro. Letzten 118. Perfekt auch in der Aussparung. Hier, was an die Oberschenkel angeht. Der Popo ist auch perfekt eingepackt. Ja, da schnitt auch nichts ein. Da wird sich auch nichts abzeichnen durch die Hose. Letzten 114. Endspurt, 19 Euro. Ich überlege, was normalerweise ein ganz gewöhnlicher, langweiliger Slip kostet. Hier haben Sie Ihre beste Freundin, die wirklich richtig schön schlank zaubert. So, 200 verkauft. Die letzten 99, die letzten 98. Oh mein Gott, wir fallen auf 18 Euro. Katrin ist schuld. Immer ich. Immer du? Nein. So, letzten 85. Gleich geht es weiter mit meinem Pullover und mit meiner Hose, glaube ich, oder? Zum Finale der Stunde. Letzten 78 Plätze. Die Schlankmach-Slips mit der Optimal Life. Schauen Sie mal, das geht bis hier hoch. Und wenn Sie gerade hier im Lendenwirbelbereich immer wieder mal Rückenschmerzen haben, dann stützt das hier auch richtig schön. Es ist ein richtiger, schöner, fester Stoff, der richtig schön shaped und richtig schön formt. So, letzten 69. Wow. Das ist ein kleines Stückzahl. Sie können immer noch anrufen. 01377. 170123, die Rufnummer. Und vergessen Sie bitte nicht, wir haben schon 230 Pakete verkauft. Es sind die letzten 60 Pakete in allen Größen noch verfügbar. Das Einzige, was Sie tun können, ist anrufen, ausprobieren. Sie werden es lieben. Super Passform. Ja? Super Wohlfühlform. Eine Form, in der Sie nicht schwitzen werden. Es sind die letzten 64. Die letzten 64. 18 Euro der Preis. Das ist sensationell. Die letzten 60. Ich weiß nicht, warum Sie einschlafen. Es ist, ich weiß nicht. Am nächsten Tag wieder. Du hast hier den Schlafzimmerblick drauf. Deswegen sind die alle eingeschlafen. Ja. Letzte 55. Was machen Sie denn da in den Leitungen? Es geht hier, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und diesen Slip, schwarz-weiß, kriegen Sie beide Farben. Und es formt. Es geht richtig schön nach oben, dieser Slip. Das heißt, er geht fast bis unter den Rippenbogen. Oder? Ja. Der geht bis unter den Rippenbogen. Das heißt, da wird alles gerade hier, wo sich die Röllchen so sammeln, das wird wegkascheln. Letzte 48. Christian Giese ist wieder im Studio. Gleich wird er wieder das Programm übernehmen. Letzte 48. Gleich geht es weiter mit meiner Hose, die ich Ihnen schon von Anfang an der Stunde versprochen habe. Die letzten 43. Ja, die gibt es auf jeden Fall noch. Also jetzt ist langsam Zeit, dass wir die Hose verkaufen. Also so langsam, aber sicher. Letzte 40. Wir sehen uns morgens um 10 Uhr wieder, zur nächsten Modestunde. Da habe ich aber keine Wäsche mit am Start. Und um 11 Uhr darf ich Ihnen mit Thomas Görsch Köstlichkeiten anbieten. Unter anderem ein Schweinshaxen. Das ist schon mal so der Vorgeschmack auf das Oktoberfest, das in Kürze beginnen wird. So, letzten 37 von den Slips. Leni, was ist da los? Das kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt schwächeln. Die Hosen gehen doch normalerweise viel schneller weg. Zwölf belegte Leitungen. 16 Euro, ein guter Preis für den Doppelpack. Zwei Slips, 16 Euro. Das ist nicht so schlecht. It's not so bad, würde ich mal sagen. Die Slips im Zweierpack, die Form Slips. Schwarz-Weiß, endlich wieder da. Gott sei Dank für 16 Euro. Sensationeller Preis. Danach bekommen Sie meine Lieblingshose für den Herbst. Und das könnte womöglich die letzte Auktion werden. So, letzten 25 von den Slips im Doppelpack. Schwarz-Weiß, Sie bekommen beide. Ja, 8 Euro für einen formenden Slip. Die letzten 20. So, ich werde jetzt in der Hose noch was essen gehen. Und ein bisschen um die Häuser ziehen. Ich lasse sie gleich an. Ob ich die Katrin mitnehme? Ich glaube, ne, heute Abend glaube ich nicht. Sonst gerne, aber heute Abend nicht. So, die letzten 18. Die letzten 18. Die letzten 17. Wie bitte? Nix. Wir sagen nix. So, die letzten 17, die letzten 16. 16 Euro. Also gleich kommt der Christian Giese. Und wird es ja gleich sagen, ich übernehme das Ganze jetzt mit der Tansanit-Show. Die letzten 10. Ob er ist noch mit seinem Handy beschäftigt. So, die letzten 9. Die letzten 8. Die letzten 7. 5. Bitte nehmen Sie es jetzt bei 16 Euro mit. Vielen Dank, Katrin, dass du mit dabei warst. Bis ganz bald. Ich glaube, wir sehen uns am Sonntag wieder. Ja. Letzten 4. Ah, entschuldige, andere Richtigung. So, letzter Platz 16 Euro. Dankeschön.